so und schon wieder zurück bei sticks wir sind in der letzten folge fast in einer falle gehabt ich zeige das noch ganz kurz ich habe das hier aktiviert und dann ist die decke hier runter gekommen und wollte mich töten und all die anderen herren die hier drin liegen die haben das wohl nicht überlebt waren vermutlich auch diebe und halunken genau wie ich ein dieb und ein halunken bin es war knapp ich konnte mich noch retten mit meinem klo aber es war verflucht knapp warte das geht nicht ich kann ihn vom himmel angreifen das klappt aber den ritter nicht der drüben ist moment mal moment mal wir gehen da selbstverständlich hin und zwar es ist sogar noch ein bisschen tricky nein na gut es ist nun kein chance auf die bringen wir in nur noch zurück wirklich denkst du du hast uns gesehen ich denke nicht ich denke nicht das war knapp runterschubsen kann ich ihn vielleicht gepanzert ist er aber vor dem freien fall ist er nicht geschützt gut zu wissen also ich habe schon ein teil geklärt in der letzten folge habe ich nämlich ziemlich viel getötet aber weiter oben hat es eine schwierige stelle genau das ist übrigens ein bewährter trick dass sie einen sehen dann denken sie alle ist ein land dann kommen sie hin dann kannst du dich einfach bei einer mann verstecken und das steht noch ein anderer da das ist natürlich weniger cool so viel zu meinen tricks unsichtbar machen kann ich mich natürlich auch nicht aber immerhin bin ich entkommen es war knapp ein fehler mein freund schade hat er nicht gehört komm noch ein bisschen er will nicht weitergehen keiner sieht es und das messer ist mein machen wir mal dunkel dunkel ist gut die finsternis ist perfekt schade 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 Ah, das war knapp, aber es hat funktioniert. Gut, Aquaduct, Viaduct, das ist Viaduct, nicht Aquaduct, das wäre mit Wasser. Und was ist das, Viaduct? Wahrscheinlich für dreckiges Wasser, also Abflussend so. Viaduct und Aquaduct. Könnte gut sein, Aquä steht für Wasser, aber für was Viaduct steht, weiß ich nicht. Vital würde ja für Gesundheit stehen, Leben. Nun gut, wir haben auch in diesem Abschnitt die Nebenmission gemacht und ich freue mich schon wieder die Punkte auszugeben. Es gibt nämlich so geile Fähigkeiten, so richtig geile Fähigkeiten, die man machen kann. Das Beste vom Besten habe ich mir natürlich schon geschnappt, aber da gibt es noch Dinge, das, oh, richtig schön. Das will ich, das will ich alles. Aus diesem Grund will ich auch immer die Artefakte und die Nebenmission machen, weil das gibt alles Punkte. Und die brauche ich. Warte mal, in der Map war ich schon? Komm, mach mal, ja, danke. Also gut, zu den Schmugglern. Ich will aber ganz kurz schauen, was hier die Nebenmission ist. Es gibt keine Nebenmission. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Beim besten Willen nicht. Ich dachte, da wäre ein Geheingang. Es sah auf alle Fälle so aus, als ob ein Geheingang da wäre. Ist er einen Ritter? Verflucht. Oh, das könnte. Gut. Hat er ein Wurfmesser dabei? Ja, der hat ein Wurfmesser dabei. Ähm. Wie mache ich das am besten? Ich weiß nicht mal, ob das clever ist oder nicht. Doch, hat hervorragend funktioniert. Kann ich wieder aus dem... Ich muss warten, bis es abgelaufen ist. Erst dann kann ich weg. Eigentlich sehr schade. Noch mehr Ritter überall wachen. Wahnsinn. Das ist ja schon fast beängstigend. Ja, das ist die Kanalisation. Viadukt steht für Kanalisation. Okay, nochmal ein Wurfmesser. Ah! Er hat sich getötet. Auch hier schön gecleared. Zu den Schmugglern. Das ist das Hauptziel. Es wird... Es muss aber sicher noch ein Nebenziel geben. Ich frag mich nur, was... Ich frag mich nur, was es ist. Boah. Ja, komm her. Komm, 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 komm. Ich mach nochmal ne Rolle. Na, so. Was treibt sich der Kerl hier unten eigentlich rum? Du hast hier nichts verloren. Kumpel. Habt ihr ein Messer dabei? Also nicht. Mann. Zu den Schmugglern. Oh, nochmal ein Wurfmesser. Kann ich das gleich noch kurz irgendwo... Doch nicht. Ich frage mich, wenn... Ich frage mich, wenn... Ich frage mich, wenn ich... Ich frage mich. Wir sind ein Schmuggl. Ziel abgeschlossen. Gibt es noch ein Nebenziel? Quervos kann nicht mehr weit sein. Ja, lustig. Kann ich hier nicht noch was anrichten? Sieht nicht danach aus. Warte mal, ich muss wieder hoch. Oh, hier ist es. O, Bodwin. Du bist derjenige Quervos? Ich werde dir ein Monat der Fatigue-Duty gegen eine Woche zu schützen. Sieht nicht? Ich habe nie so gut gegessen, seit ich ihn habe. Keine Waffe. Ein Monat der Fatigue-Duty gegen eine Woche zu schützen. Und wir haben ihn zwischen uns. Geh, du Scheiße. Mh, endlich mal eine neue Mission. Oh, shit. Oh, shit. Schön für dich. Oh. Shit. Er schreit, two arms, I found the body. Und alle rennen von oben runter und ich... Das ist Pech. Ich hätte die Leiche entsorgen sollen, als ich die Möglichkeit hatte. Ich habe aber doch nicht damit gerechnet, dass da noch mehr Leute rumlaufen. Ich bin verflucht. Mal schauen, wo der letzte Speicherpunkt ist. Wahrscheinlich kurz bevor ich ihm folge. Ich bin gespannt, ob es die ganze Map auf eine neutrale Basis setzt. Also das heißt, dass alle Leichen weg sind. Ich vermute nicht. Nein. Ich muss sehr viel mit Sand arbeiten. Ich dachte, ich habe gehört, dass ich etwas verstehe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pass auf, komm, du hast ihn nicht. Guter Mann. Ich klaue an der Stelle mal ganz schnell. Das ist ein Goldharz. Kann man gut brauchen. Muss auch komisch sein, wenn das Licht hinter einem immer ausgeht. Ich überblicke das Ganze lieber mal. Sicher ist sicher. Ich frag mich nur, wo der Sack jetzt hingeht. Hier komme ich nicht weiter. Gefährlich, gefährlich. Oh, shit. Der geht da weiter. Ich muss ihm nach. Vermutlich komme ich hier nicht hoch. Nein. Äh, gleich tot. Ja, uncool. Sehr uncool. Nicht gut. Na gut. Also nicht gut. Aber na gut. Wir machen es nochmal. Ich weiß, wo er durchgeht. Riskante Stellen kann ich mit Unsichtbarkeit machen. Weil wenn ich stehen bleibe, dann bleibe ich unsichtbar. Die Fähigkeit habe ich ja geskillt. Das ist nützlich. Von dem her passt das gut. Ich nehme mal dieser Ladebildschirm. Das nehme ich mal zu mir, der feine Herr. Das gleiche Spiel nochmal. Das muss hier sicher noch eine Methode geben, hochzukommen. Und dann... Im Grunde ist es ganz gut, dass die Leiche da ist, weil alle Soldaten sind runter. Ich habe nur eine Unsichtbarkeit gebraucht. Nur eine einzige. Um an allen vorbeizukommen, ist eigentlich extrem nützlich. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Ich gehe mal auf Nummer sicher. Warten bis sich die umdrehen. Sehr schön. Sehr schön. Wohin gehst du jetzt, mein Freund? Da ist ein Geheimgang. Faszinierend. 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 Ja, ja. Si, ja, das ist's. Wie sagst du. Ja, ja. Das ist es, was du willst. Ja, ja ... Ganz ehrlich? Ich habe keine Lust an dieser Stelle zu sterben... aus diesem Grund, die ich suche. Mal schauen, was der alte Mann meint. Ich will aber noch ganz kurz ein paar Sicherheitsvorkehren treffen, falls ich Kontakt bekomme mit ein paar Kumpels von ihm. Präborus. Freund oder Feind. Ich nehme mal ganz kurz alles mit, was du hier liegen hast. Gut, reden und los. Hallo mein Freund, hallo. Es ist Master Aaron, der dir schickt. Ich bin froh, dass das Experiment ist nicht ganz gut. Amber ist definitiv ein Unpredictable Substanz. Ich komme zu free you, so keep it down, Grandpa. Was ist Ihr Name? Steven? Felix? Oh, war es Manfred? Ich bin sorry, Manfred. Aber als ich sagte das Morgen, das Alchemy Equipment ist total unsuitable für Distilling Amber. Ich muss design a completely different system. Shh, not so loud. You already saw me this morning? Well, I suppose. You suppose? Did you see me or not? But Manfred, you know full well that my brain is unhinged. I can't remember what I did a few hours ago. I know a face like yours shouldn't be easily forgotten, but believe me, there isn't anything personal in it. I forget everyone without distinction. Even the ugly ones. Oh, great. Well, I could make sticks give a damn about somebody who's lost his fucking memory. Oh, no. I haven't lost my memory. The distant past is still intact. I can't tell you what I ate this morning, but I can recite the mathematical formula of the curve and ideal wingspan of an Arcanash airship. You mean you built the airships? Of course. I invented everything here. I drew up the plans of the atrium. I designed this tower to the tiniest detail. This is my masterpiece. Oh, now I understand. Listen, don't move. I'll check that the coast is clear and then we can go someplace safe. Or at least safe-ish. Really? This was planned? Forgive me, but my brain is unhinged. Believe it or not. Yes, of course. Those were the orders. Wait for me. Ah, super. So viel dazu. Querboros, was tust du? Okay, gut. Wir machen an der Stelle kurz eine Pause und in der nächsten Folge befreien wir dann Querboros. Ich freue mich drauf. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.